Ich nehm sogar jetzt schon auf, Alter. Schon im Voraus aufnehmen, Alter. Ich komm nach Berlin, Alter. Egal wie lange ich was hab. Ich hoffe, dass das ganze 10 Jahre dauert. Ja, der hatte das... Kek. Ja, moin. Gesundheit. Ich finde halt, bei The Reef war es deswegen so gut, was mir aufgefallen ist. Wir sind am Anfang nicht direkt gestorben. Wir waren einfach ein bisschen defensiver. Genau. Oh, da hätte ich schön Arma spammen können. Und ich glaube halt, dass wir generell vielleicht zumindest am Anfang darauf achten sollten, nicht sofort zu sterben und nicht so für die Kills zu gehen, die wir dann handeln, sondern im richtigen Moment die Kills handeln. Ja, ich hab überhaupt ne Frage an dich. Äh, ne Frage an dich. Wann haben wir beide Reef gespielt? Ja, wollte ich auch grad wissen. Bist du hängen geblieben? Nichts in Reef, Academy, würde ich sagen. Ich find die Map sieht ziemlich ähnlich aus. Ja. Irgendwie... Hä, was? Das ist ein Geblieb? Von der Kulisse her. Hä, überhaupt nicht. Vom Thema her, diese Gebäude. The fuck. Weil das ja so speziell ist. Und die Bäume, top right, far right und so weiter. Okay, die Bäume, aber bitte. Warte, sechs, neun. Also bitte. So. Ähm... Gehört. 2, 3, 6, 9. Hallo. Ja, da, ja, da ist es. Nice, das ging schnell, ne? Ja. Moin, Kevin. Ich muss ja nicht bis nach Afrika schwimmen, so. Bis nach Afrika. Ich hab's gerade so gut aus dem Weglassen, bis sie ihn zu tun hat. Ach, den, dass ihr gewonnen habt. Das Ziel ist, Kazuke ist nie, guck mal. Kazuke ist gerade so schnell geworden. Weil, er ist gerade kein Unterkult deswegen. Ah ja. Äh. Ah ja. Ja, ja, Kazuke, ja, ja, ja. Ah 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 ja. Ist das jetzt euer erstes Match, oder? Bitte gern, bitte gern, bitte gern. Hat der gegen gewonnen. Hat der gegen... Hat der gegen... ...mehl, Sura, Solio und irgendein so... ...und so... ... so... ... so... ... so... ... so... ... so... Ist doch cool. Ja. Ich hatte jetzt erwartet, jetzt... ...no Front, aber ich hab erwartet, so... ... ja, wir haben verloren. Ja, ich hatte auch gesagt, uh... ... des Langen ist es her, dass wir am Anfang direkt gewonnen haben. Ja, Spaß. Ist einfach... ... so... ... komm, klatsch die richtig weg. ... 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 jetzt bitte dieser wuchensohn jetzt anto bitte mir antworten danke ja der sehr ja man breit macht gut breit macht mit charger gang ja man muss los ja ohne kopf ich will so gegen dinge ich bin ja nicht so lange werden die leidenschaften wenn sie es okay wenn ich mit dem sie aufnehmen ja um vorweg ich will erst mal Mario Kart ja und willkommen keine Blaupausen mehr für die Dodge Viper ich brauche Yoshi ich habe Yoshi noch nicht freigeschaltet tschüss leute 97 leute online was ist da los ich liebe dich moin was ist hier los gestern waren bei mir 180 leute unten bei mir sind 86 alter oder bei mir sind 28 101 ja ich hab nur noch einfluss auf jeden fall ist mega warm schwarzer 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 aus der wieder ausgeboten auch kurz der der aber albert kurs explore events fubuki joint club was ich habe den namen genannt fubuki ist cool ich mag den ich bin schon fubuki treffend mit dem fettdöner ist mein erster kontakt mit schuppe hatte ich ja der wohnt bei mir in der stadt hier der wohnt das andere das ding ist wir beide wohnen außerhalb der stadt also ich bin was er uns im kurs und nicht nachvollziehen er hat ihn an es wird das kompete fünf sterne gibt mir fünf sterne was nein ich habe jetzt ist es er hat er in der stadt ein moment so um ähm, er ist noch gar nicht drin, zumindest bei mir nicht bei mir auch nicht der Bomarang irgendwie, Kaisuke, der Bomarang ist gar nicht so cool jetzt Mario Kart 8 habe ich mehr gefeiert looool, was geht denn da ab? hashtag AR win vier Leute und btw, ich habe eher so oft erfüllt jetzt bin ich gespannt, ob die das game exoft-brown damit die freewindow lol wer jetzt? ich guck halt den stream von ARSER da heißt er einfach schreib mal bitte dazu ARSER 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 da heißt er einfach 4 AR win oh joshi du hießt um nicht mal joshi sie ich gebe mein bestes, aber mein aim ist heute nicht on point wir schien, wenn du schon immer sagst, du gehst an den Mund warum? wirst du meine Mutter auch zum Spiel? was ist deinem Spiel? wortwörtlich? ja 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 ey, diese Kanonen sind voll stark, ich will auch so eine Kanone haben ja moin darf ich? äh, auf der Aufdruck haben wir das R-Wort das R-Wort das R-Wort das R-Wort ach so nein, sag das nicht warum würdest du das überhaupt sagen? also jetzt hier die Community er selbst ist genau das was er grad sagen wird er passt es 258 ich bin noch in ner Runde komm schon, komm schon du nutze ich muss erster werden oder zweiter was ist der Code? das war der Code von oben nach unten in der Mitte 258 schweiß du du scheiße ja eyja, okay wolltest du grad für deinen Hund kostbären oder what? was? fuck jetzt ist aber die Frage wen? ähm, den rechten den rechten den Dunkelhäutigen das rechte eyja boah, jetzt ohne Scheiß, ich find das bei, 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 bei dem Mädchen die hat ja so schwarz-weißes Fell ihre Lippen sind schwarz das sieht so geil aus pfff äh ahja, okay, okay juhu ist sie durchdemo oder was? juhu 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 15 tefe gewaltiger juhu 15 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 Mit D? Ne mit T oder keine Ahnung D, B, D Wauw 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 Okay, ganz ruhig Er hat gerade so gehört, er hat gerade so gehört, er hat seinen Penis Lootchen Lootchen Wauw Luuutchen Oof Ich hab's noch nie genommen die Scheiße Ines, du Trude, ich bin so Bitte? Was hast du gesagt? Nichts? Ah ja Das hört sich wieder beim Stream an, oder wie auch Was, streamst du das hier gerade? Oh, ich nehm's noch auf Mach mal mit VC, Alter Okay, danke Vor allem Schubat, nimm das die ganze Zeit auf, wenn ich sagen Ich so, Scheiße, so Warte kurz, Schubat, ich hab gedacht, du nimmst schon mit Hoh Dach ich auch Mach ich ja, die ganze Zeit schon Ach so Ich geh right Ich hab... Oh Gott Schhh, konzentrieren Ich hab gehört, dass du gehört hast He Fressen Wallpoint right Wallpoint is... Ja Wallpoint is right Top right of the great Zwei sind left, einer is one shot Wallpoint hat mich of the great Die push von beiden Seiten Ja, Wallpoint hat mich auch Stroshing Stroshing ist top mid Stroshing left Wir wurden gewidt Stroshing kommt left Ja Kämpfer, Kämpfer Das ist auch super Was hab ich jetzt Die ist das die Die haben Armor Lass dir abwarten die Armor Ich hab mich auch mal Hammer Ballpoint ist bei denen Right, hab Ballpoint Nice, nice Ich pushe die, komm Hab einen Hab noch einen Komm, 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 komm Nice, 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 nice Stroshing left Stroshing is top Stroshing is right Ich pushe die Kommt jemand mit mir? Ja, ich bin... Die Ballpoint ist dort noch Direkt unter dir Shit Strosher hat mich Das ist auch recht Ja Ja Das sind glaub ich zwei Leute Beide Slosher Ja Die pushen Hab Ein H3 Ja, Stroshing got me Stroshing got me Stroshing got me Down I'm up Only Strosher hat Ballpoint Pass auf left Und ja Top right ist einer Slosher ist weak Slosher ist weak Top left ist Nice Ballpoint ist down Left ist H3 Left ist H3 Mics Hab ein H2 Lass go your shi Äh, Rot Ich hab die Wäken Was? Er ist Wäken Bei die Wäken Ja, ja, äh, diesen Anweis Ja, mit Ballpoint Ich tue das nicht Ich tue das nicht Super Er kommt von dem Slide Einfach von den Slide Hast du die H3D? Ich... ich hab zwei Da hast du auch hier verlämen Im... im Fall Das war eine richtig geile Runde. Jaji, ich seh so auf der Karte, hab ein, hab zwei, hab drei, hab sieben, 688, 8, 8, 7, Strassenbruch. Noctis, Free, Creamy und dann noch, Alter, Sayonara, Milch, Brian, Usami, was geht denn? Ohne Kack, ich bin ja so froh. Ja, Junior. Nice, find ich cool. Junior, macht mir alle Ehre. Ich hab grad hier ne Pflichtige Mühe. Alle die Junior spielen, sind bei mir Ehrenleute. Ich will nicht immer noch, ähm. Alter. Eier, Eier. Charger Gang hat Sayonara. Äh, umarmen mein ich. Okay, ja, das doch gerne. Wir haben Wasabi, Hypnose, Brian und Sayonara, Milch. Charger Gang. Wasabi. Ich bin ja auch alle Snipe. Wasabi. Ich hab' mir grad gewollt. Ich stepp' Flitzel. Ähm. Ich will's denn nicht gern, weil... Äh, liebe Community hier draußen, ähm, das war grad nicht ganz genau. Gruß geht raus an euch. Gruß geht raus. Ehrenleute. Na ja, Gruß geht rein. Äh. Äh. Ah, scheiße, Alter. Ich kann so... Äh. Ich kann so... Ja. Ich kann so... Ich kann so... Ich kann so... Spritzboot. 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 Ich kann so... Da wär Spritzboot. Ne, Spritzboot. Ähm. Schuhshop mit so einer Spritzbox. Ja, der, ja, der. Los geht. Leute, ähm. Ich geh' über L.A.Ride. Mädel, Kammer. Könnt ihr versuchen, ähm, über mit, aber noch safe zu bleiben, versuchen dort Bomben hinzuwerfen und so, damit ich mehr, ähm, Unterstützung hab. Naja, ja, ja, okay. Ähm. Versorgung. Ähm. Äh. Bei mir ist H3. Pass auf. Spitzboot. Hab eins. Kennt es da noch? Don. Okay, nice. Sloshing. Kriegt ihr die? Don. Ja. Sloshing. Sloshing. Kannst du jumpen? Ist ausgejumpft. Ja, 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 ja. Ich jump auf mit dir. Wieselisschen. Wieselisschen. Ja, Spitzboot ist da alleine. Pass auf. Das finde ich dazu stark. Kann pushen. Äh, einer geht left early. Ja, pass. Ich pass schon auf. Hab einen, hab einen, hab einen. Nice. Ich, ich muss schwarz. Ich muss schwarz. Snipe ist left. Pass auf, stamp. Ja. Stamp ist still bei uns. Stamp ist still bei uns. Hammer. Hat es mir so fett in die Fress geworfen. Äh, left. Hab einen, hab einen. Upp a tree. Thriller in zone. Ich jump raus. Ich hab stamp ready. Shit, Snipe hat nicht. Auf der einen Snipe. Pass auf. Brille. mons pollte. Snipe in Mode. Ach, nachdem. Ach, schlag raus. Ach, schlag raus. Schal T index up. Das boe som aquí. Stiftost. Dann, die dann? Ahhh. Jestem complete. Wenn der die 파 Chaos ist, mit meinem Peni, die dann, wie dann sauer oder wo am sleeves user, sind die talvez das genau? Was jaregulaco ist. Was ja genau in der großen Weise geradeder, Ja, der 10, der 10, der 10 push, der 10 push. Ja, Dings cut me. Ja, ähm. Wir brauchen jetzt Picks. Komm auf die Dersche. Wow, hat der Bühne! Hab ihn! Los! Steh die noch! Guck, guck! Nein, das war's! Oh Gott! Oh Gott! Gone! Okay, pain, 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 pain. Was hat auch die Fäße? Was hat die Fäße? Ja, left, left getent, left getent. Wo war das wieder bei der NL? Das weiß man right, guys. 10 push straight. Äh... Amor? Sloshing on me, guys. Not right, 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 not right. Ich muss wieder ausjumpen, aber ich kann wieder... Äh... Sloshing week, right? 10, umbrella, right button. Äh... Geht jetzt left flanken, buddy Yoshi, was hat? Warte... Was hat? 10, eh... Hab ihn. Wollen. Be careful. Hab die Snipe. Last kill, der 3 ist left. Last, last left. Okay, jump, cross. Es bekit, jump. Okay, nice. Okay, äh, get the right pendant. Ja, äh, so... So noch paar inkweins setzen. Watch for den left. El-10 kommt wieder. Auf charger. Sloshing the stride. Sloshing the stride. P ist gedropped, jetzt im mitt. Ja, okay. 10 got me, 10 got me, ist weak. Nein, ist down, ist down. Das auch super. Hey, lf ist weak, hab aber keine ink. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Okay, okay. Ich vorschläft, endlich. Left designer. Eh, hard left left. Tender geht wieder straight, Tender geht wieder straight. Hush ihn. Ab ihn. Slushing ist right. Snipe is back at jump. Slushing ist die Kato. Pass auf den Bombsdash auf. Mach Bombsdash. Kannst du mir save? Nee Gott, ich hab weniger. Das sind zu viele Bomben. Okay, stamp. Ja, stamp. Alleine schuld. Jump back. Okay, ich hab gleich B-Bomb ready. Ich werf B-Bomb auf die Richtung Charger. Slushing ist bei mir. Hab die Slushing. Geh mit Stamp rein. Hab die. Na shit, Snipe hat mich. Snipe is right. Ja, du bist allein. Ja, das war's. Nein, jump doch nicht zu mir. Ja. Aber close. Ja. Okay, nächstere Nummer kommen wir. Habt ihr verloren, oder? Ja, ja, close. War knapp. Oh, verdammt. Close, close. Ja, die Charger hat probiert. Wiedel werden, wenn ich bisher gewiss, mit dem Dings kommen gesetzt? Von Prox? Für Bains? Ich weiß nicht, ich hab mit dem Stingray eigentlich relativ... Gott, ich hab mit dem Stingray... Ja... Ich hätt ihn einfach nur besser einsetzen müssen. So, ja, passt schon. Sagen wir so, es lag nie Undercom. Es lag immer, wie wir gespielt haben. Ja, okay, okay. Vielleicht versuch ich mal... Ja, ich hab mit dem Stingray... ja... Ja, naja... Ja... Ja, ja, ja... Ja, ich hab das so, ja... Ja, ja... Ja, ja... Aber guck mal, der macht mir halt schon relativ viel, wenn ich dann sehe, dass er straight rein pusht und ich nicht wirklich groß was dagegen machen kann. Der Stamp reicht halt auch alleine schon zum Pushen, das ist ja... Deswegen ist es ja nicht schlecht, was der macht. Er spielt auch recht gut. So gut. Ich bin halt immer so jemand, ich hab immer Angst vor der Backline, ich finde die Backline ist immer mein größtes Problem. Gut. Wobei, das ist wie bei Spinnen. Sie haben mehr Angst vor dir, als du vor ihnen eigentlich haben sollst. Das stimmt eigentlich. Ja, was ist? Ja, aber trotzdem hab ich Angst vor Spinnen. Also. Wie bei Spinnen. Die haben mehr Angst vor Backline. Egal. Egal. Leute, die haben keinen Duell. Ja, okay. Pass auf. Nein, der right stack ist weak. Es ist weak, ja. Let's start out. 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 Hammer. Let's start out. H3 is right stack. Ja. Habt. Habt. H3 right stack. Let's start out. Ey. Chaldeck auf mir. Ich hab doch. His left. Bomb brush. Pass auf. Bomb brush. Ich hab dich schon schlecht. Ich hab dich schon schlecht. Ja, doch ein anderer bomb brush. Ja, äh. Hat mich, hat mich, hat mich, hat mich. Der macht, der macht einen Triple. Ah, ein. bei mir sind zwei ihr könnt gut pushen weil ihr habt noch einen und von left kommt der h3 ihr könnt gut pushen right stack ist einer ich weiß nicht genau wer ja die haben einmal gewünscht sind alle live mussten ich gehe rechts flanken breit 6 in zwei Prozent left sind bei mir zweigart ja das war schabt reitloschen das komplette ja das steht wo das ist reichlich ja ich will die beiden jetzt vor einer so geht es ja noch so hat er gekämpft bei mir ich will muss klar hat mich er hat mich jetzt war es ist meinstig ich habe es auch schon Karte hat es wirklich zu tun schon wieder schreibt loschen ab sie aber nicht sein dass sie gab es nun ich bin zwei mit amort ich mache auch wir hatten gespielt das aus der Schwestern ist Prozent die Garnwaffe die Papier der rennt hat einfach nur noch dass er kommt von unserem spiel hinter dir ja ja warum kann ich bin schon die ganze zeit das war ziemlich unkoordiniert ich hatte auch noch ein bisschen anders vorgestellt war für mich nicht einfach gegen die charger du warst so aggressiv schuppen konnten es ist es ein double elimination Ich hab nicht nur das Ding drin. Ich hab nicht nur das Ding drin. Ich hab nicht nur das Ding drin. Ich hab nicht. So. Okay, ich spiele die 4. Jetzt denke ich mal, haben wir ein bisschen Zeit zu warten. Da war das schon gut. Aber genau. Vielleicht, Chris, könntest du dann mehr Bomben auf Right Stack schmeißen, weil die Sniper ja meistens immer nur Right Stack mit dem HP und die Bomben hätten die halt zurückdrängen können und ich hätte immer vorpushen können. Problem war halt immer, dass die Snipe mich direkt gewatched hat. Mein Problem war halt, ich hab meinen Schuh gewechselt und dachte, ich hab keinen Bomben, also kein Selbsthaber drauf. Deswegen haben mir die ganze Zeit die Double Bombs gefehlt. Ja, ich weiß. Ja, ich dachte, man kann auch mit zwei Mains. Ne, 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 ne. Brauchst mindestens zwei Mains. Also, ich spiele auch ein bisschen mehr als drei Mains. Ja, kaputt. Ja, kaputt. Da hab ich's vergessen. Also, ich spiele muss jetzt mal bis ab dem Elfer bis tatsächlich, weil ich hätte den Charger da auch bombardieren können. Ich hätte auf den richtigen Deutschen machen. Einfach Frankreich stürmen. Scheiß Spaß. Er macht den Reverse Napoleon, Alter. Da wirst du dich selbst stürmen. Ne, lass mal bleiben. Ich bin, ich mach den. Okay, lass mal ein bisschen Dinger spielen. Lass bisschen Dinger spielen. Lass bisschen Dinger spielen. Ah, ne. Ah, ne. Warte mal. Warte mal. Ja, warte mal. Es ist Tor. Lass Dinger spielen. Lass Dinger spielen. Äh. Was? Das war das ich sagen. Äh, lass mal Dinger spielen. Äh, Private, weil die haben noch. Lass lieber Quatsch spielen, dann können wir auch Teamplay. Ja, aber es ist Tor. Das bringt uns nichts. Ne. Doch, bringt uns Teamplay. Okay. Äh, entweder Ink Alpha oder Star Gage, oder wie die heißen können. Ach, Ink Alpha ist aber machbar. Und Star Gage. Keine Ahnung. Kann ich nicht mehr helfen. Du kannst doch Ink Alpha. Ingeal, ich meine aber dieses anderes Team. Ja, ich auch nicht. Ja, handy würde halt das Team auch verlieren, das machbarer für uns ist. weil das wird dann automatisch etwas schlechter ist wer spielt jetzt spielen wir jetzt gut oder ja er hat schon alles Ja, das stimmt so. Ja, ja. Quattest... Ja, kannst du nicht bauen. Nö. Okay. Ja, spiel doch bitte das, was du spielst. Ähm, ja. Stell dir vor. Ja, dann spiel wir wenigstens... Wollen. Äh, Nö. Okay, alles gut. Blödsinn, Alter, nachui. Es wird... Es wird auf die Map ankommen, als ich da netten spiele. Ja, Pana. Nice. Okay, Pana. Ich hoffe, der wird jetzt in W2-6-Pro. Wollen wir vor, bitte. Ich hoffe, die haben so wie Yoshi und ich, oder? Wir haben schon mal sexy Power, ja? Ja. Nö. 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 59 so in dem Dreh kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht so ist, weil, ähm, weil, ich weiß nicht, wir würden ja dann praktisch, wir würden ja dann praktisch gesagt, so lange hier sind, wir sind dann zum Beispiel für Berlin, als QSS, wo es dann überhaupt nicht hier sind, ähm, Ines, ja? Ja. Machst du dann schnell einen Sub, wenn Chris essen ist? Für was? Äh, für Quart oder so. Verquart, okay. Denkst du so, lol. Ja, oder wollen wir private spielen zu dritt, damit sie nicht extra kommen? Ja. Da musst du hier nicht extra online kommen. Du musst dich, wenn du nicht willst. Achso, ne, ich, äh, passt schon, irgendwie. Ja, okay. Aber ich, 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 ich geh jetzt gerade noch meine, äh, Videos da durch, meine Clips, deswegen. Ja, ich hab auch schon kein Pass. Okay, dann nehm ich an, dass du jetzt private seid. Ja. Ja. Es fühlt sich gut an, deinen Wiesel zu lesen, Wiesel. Äh, guten Morgen, guten Abend. Oh, nee, ja. Mal lief, was so. Ja, ja, ich hab mir gesagt, was hast du jetzt hier geholt. Weißt du was, es ist mir jetzt egal, schon private. Also alle, die wollen. Ja, ich bin, wenn du das durchfällig bist. Warte, was, Xero? Nee, Xero auch noch. Achso. Ja. Und, habt ihr schon gewonnen? Hat ihr schon gewonnen? Hat ihr rasiert? Äh, ja, wir haben, äh, wir haben gegen Crack'n Paradise, äh, gegen, gegen Team Olive und, gegen GG Boys, auch noch. Easy Clip, du machst, nice. Ja, easy Clip, GG Boys, äh, Crack'n Paradise haben wir, äh, bei Crack'n Paradise haben wir halt, äh, nur gespielt und bei Team Olive weiter. Alleine, äh, also, jeweils in einer, jeweils in einer Runde war immer einer von der Kleine. Genau. Oh, freut mich auf der Flex. Und gegen, ähm, gegen Astral hab ich, äh, hab ich im Schlaf gespielt. Mit deinem Schnarchen. Gegen, äh, gegen, gegen Allianz Rogue hat Pele gespielt. Ja, ja. Na, hab ich ich, guck mal, hab ich einmal, ich glaube, gejöntet Wohnung. Er, habe, ich, äh, hab ich gegöntet through. بwööööww. Ein deutscher Punkt. Ah, deutscher Punkt wo der sogenannt ExpansTs fez. Lılulul. Ah, ja. Und dann, wo Ines kam, so, oh, Mittelöhr, okay, ein Zimmer zu zweit, ah ja, was war PES? Äh, es gibt keinen PES und wir spielen grad schnell private. Achso. Kannst joinen einfach. Die Leute werden gefickt. Yoshi! Was denn? Und der hätte ich sowas ja gar nicht erwartet. Nöööö, gar nicht. Daniel, those are fine, but you should get breakfast. She said that you want to dance, but she don't know how to... Äh, Ines, traust du jetzt? Oder, äh? Äh, ich dachte, nein. Wirst du weder Billy-A-Hard-Alsch? Äh, Billy-A... Naja, I don't know. Ahja, Billy-A-Alsch, was für Billy-A-Alsch? Billy-A-Alsch. Ahja. Billy hat es eilig. Naja. Das ist 是겠어요. Keine Wahl noch nicht. Ale, bei der Katze. Sie is... Was g abortion ist? Die ist einfach ihre Pfoten über mein Bildschirm. Alter! Miau? 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 Junge Alter ich will diesen ganzen verfickten politischen Streiters. Ich hoffe den Eltern ja. Ich kann das endlich auch nicht sagen. Hallo. Alter wenn wir dochs lieb. Ja ich muss noch mal machen. Miau? Miau? Oh Gah! Die übergeht. Miau! 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 Leute ich wollte gerade so ein Video posten auf Twitter. Und dann kommt halt so instant. Ich hab's nicht mal geschnitten oder so. Dann kommt einfach instant. Please press the power button and restart the console. If you are unable to restart the console, hold the power button up for 12 seconds to turn the console off. If the problem persists, refer to the Nintendo support website. Support my mobile device. Du, du aaaaaaah. Loulololololololololololololololololololololololole ähhop kam ihr den link unten auf 90 cm? Adam. Bitte raus da gehen dasbecke. Das war echt überraschend. Das ist schon geil, so dass du die aus den Bubbles rausschupfen kannst. Ja, ich finde auch das da relativ geil. Ich liebe Ten. Das ist eine andere Runde. Ich bin nicht so der Ten-Typ. Verstehe. Was, Chris? Da ist dein Auto. Heute mal nicht. Bruder, Yoshi, betrügst du mich? Bruder, Yoshi, betrügst du mich? Nee, 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 nee. Oh Gott, war das Knochen. Ich habe ihn mir... Ich habe ihn kurz für meinen Bummen pränkt. Soziales Experiment. Ja, ich wollte gerade sagen... Nein, der Bruder geht nicht. Ich hab ihn nur für ein scheiß Experiment geworfen. Oh shit. Ja, ich wollt grad schon sagen, nicht, dass Jochi mich... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Jochi ist doch nicht so eine, hallo. Ja, schief. So eine, hallo. Interessant. Oh nein, ich bin nur noch Globalplatz 100, fuck. Warte mal, wie wirst du überhaupt? Ich hab nichts überettet. Ines. Ja, und Ines ist einfach die Top-Milfchen. Eier. 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 Da ist, da ist was. Unbostigen, Alter. Nee, Bruder, da ist was dran, Alter. Ah. Das hat schon genug. Oh, super. Die in Küche. Ah, wow. 100. Oh, nee, nee, Jochi, das ist unfair, das ist... Meine Katze ist grad nämlich echt am unfair... Meine Katze mag dich, Jochi. Die, die gibt dir grad unfaire Vorteile. Das find ich nicht so... Ich mag deine Katze. Eier. Weil die kratzt mich... Jeder mag jede Katze. Also... Die, ähm, ja... Die will zwar nur kuscheln... Die will zwar nur kuscheln, aber... Er fasst ja. Ich glaub, meine Katze weiß nicht. Oh Gott, ich darf nicht durch Haut gehen. Ich hoffe, wenn ich sterbe... Nee, ich werde zu der Katze wieder gebrochen. Ich bin gerade gegen... Oh mein Gott. Okay, wir springen gerade gegen... ...Ingen... Gleich vor. Aha. Ja, good luck, dann. Scheiße. Ich beende. Ich beende. Schnell. Nein. Noo. Doch. 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 Ich beende. Ich beende. Ja, Alter. Komm her, du Arsch. Ja, ich drehe dich jetzt um. Ne, ne, ne. Oh scheiße, doch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, ich hab Angst. Ich werde dich schon irgendwie kennen, du Arschloch. Okay. Ich bin ehrlich, ich hab grad so Schiss vor dir, Yoshi. Was? Ja, du stirbst eh. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Yoshi, du bist... Wiesel, ich muss dir mal... Geld schippen. Ich muss dir kurz ein Bild schicken, okay? Ja, mach das. Komm, mal bitte. Yoshi. Yoshi, du bist... Oh, Alter. Das ist dein Braum, Alter. Was ist das denn? Das ist dein Druck. Fuck. Chris... Ist das dein Vater? Das ist der Scheiße. Ich habe ja gesagt, dass du oben drüber in dem Video das bist. Das wird halt dann Sinn ergeben. Bis zum Tim. Hast du das erste Video oder was? Ja ne, das ist nur deine Stimme. Ich meine, das ist ab dem zweiten Video. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube ich misst diesen Dicknipper. Ich bin jetzt gegen diese Sturgate Guys. Bis zum nächsten Mal. 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 PO-KER-FACE INKER Ja. Du lebst auch noch, ne? Ja. Ich. Fett ist tot. Belastet. Belastet. Und weg. Hi. Aber ne, ich finde, wir haben irgendwie eine richtig gute Stimme verkauft, auch so in Bezug auf Englischem. Hallo, meine Frage, hallo. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, machen wir irgendwas. Äh, ne. Ich hab aber schon 5-7 eingegeben und ich bin nicht reingekommen. Christian, das Profilbild gefällt mir. Wiesel funktioniert nicht. Wiesel, kannst du dein sexy Profilbild machen, bitte? Ne, ne, ne. Doch, das ist richtig sexy, bitte mach das. Chimalaraya, komm, warte mal. Also, 5-7-5-7. Nein, der ist falsch. Der ist richtig. Chupa hat erzählt Lügen. Nein, der ist richtig. Hä? Ich hab dir gerade zweimal eingegeben. So schön. Ich hab den eingegeben. Ja, was ist denn Pest? 5-7-5-7-5-7-5-7. Das zeig ich an. Das war Knippen. Fisch, du lebst wieder. Das retweet ich so hart. Ich hab mir dieses wunderschön mit Pokerface verarschten Ding zu sagen. Ich mag die Map nicht. Das ist geil, Alter. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich muss gucken, ob ich hier vielleicht was... Oh shit, ich hab noch 9%. Ich hab noch 9%. Ich weiß nicht, ob ich hier den Explosure spielen sollte. Explosure? Explosure? Das spielen wir immer. Kannst du überhaupt nicht spielen? Wenn wir jetzt mit manchen Aussprachen auf die Eier gehen, dann steht da der Newton. Eier, okay. Warte mal, hab ich nicht alle... Warte mal, Eier. Ja gut, das ist dann halt rückwinnig auch noch die richtige. Ja, same Camaro. Ich geh, ich, ich geh left, aber ich flank nicht. Ganz kurz, können wir bitte den Team VC komplett löschen? Dankeschön. Nein, nein. Nein, nein. Keiner braucht den. Keiner braucht den. Der ist einfach nur zur Deko da. Der ist einfach nur zur Deko da. Der ist gar nicht ziemlich. Der ist das beste. 3 Sekunden, Jaman. Jaman, alle ist left jump. Ich bin... 0. Alles left jump. Okay. Einer beim... einer is left, right? Jaman, man. Ten pushed. Warte, Amas, ich würde die... würde ich die Pisch? Er darf die Brush auch. Hat die Brush? Doch. Weißt du was? Äh, Omi ist... Omi ist K-Shot. Was? Was? Hab Tent. Ja, der Gott nicht. Ich war zu stark drin. Hab K-Shot. Versuch extra noch zu bekommen. Hier... Na, bei mir pushen zwei Brush und... Ja, ihr müsst aufpassen. Nicht zu stark drin sein. Brush ist vorne. Wir müssen jetzt die Control... Wir müssen jetzt die Control bekommen. Der Expo ist vorne. Warte, ich hab mich mal nach... äh, left das Brush. Okay. Ich könnte tatsächlich mal versuchen zu flanken. Okay. Aber was auch. Hab einen. Brush ist top right. Zwei. Was? Drei. Äh, die Brush. Hinter euch, hinter euch. Äh, da ist schon noch einer. Ja, ist der... Lol, Brush hat mich. Bei der Ramp. Mit T-Tag. Hab, hab. Da ist noch einer. Brush ist vorne schock. Ja, mein... Brush ist wieder Baller. Was? Lol. Wir sind zwei. Pass auf den Stamp auf. Da ist Brush und Stamp. Ich hab... äh... Left ist noch Brush. Geist left. Okay, es ist in Sonn. Ja, hinter den Wiese. Ja, I know, I know, I know. Ich geh nicht so weit rein. Ich hab Brush straight. Ja, okay. Ich komm noch. Ich komm noch mein... äh... Er hat euch gepickt. Brush. Aber der ist tot. Left. Hab ihn, hab ihn noch. Fahr left. Es sind zwei. Zwei sind... Fahr left. Ist hier, ist hier. Ja, wir müssen jetzt... Fahr left und Fahr right. Hab Rush. Ja, ich mach schwarz. Hab Tent. Nice. Expos noch left. Hier. Und T-Tag auch. Beide sind hier. Ja, okay. Was? Hier sind drei. Hier sind drei. Mach mal hier ein paar... Pass auf den Ball auf. Right ist auch einer. Da unter dir Wiese. Ja, hab ich. Komm schnell. Wiese Brush, alter. Vor Schott, hätten wir geflanken. Schnell die Sonne noch. Ein paar Sekunden. Kannst du den Beamer lösen? Brush is left. Ja, ich hab jetzt hier mal ein paar Beacons. Also ihr könnt jumpen, falls ihr was brauchen solltet. Ich kenne das Beacon. Pass auf Brush. Pass auf die Brush. Pass auf die Brush. Da ist auch der T-Tag. Bei uns left. Kommt Leute. Tent von vorne. Ich hab gleich stamp ready. Naja, warte mal. Ich push jetzt was was. Ich hab stamp ready. Äh... Stemp. Tent. Äh... Walla hat mich left. Bei meinem Eis. Bei meinem Eis. T-Tag ist last. Komm. T-Tag ist last. Äh... Nice. Nice. Dead moment if you don't have ink. Because you throw too many bombs. Dead moment if you... ...gay. Was? Uff. Uff. Schon klar. Ach nein, das ist jetzt nicht passiert. Ich hab die Aufnahme gecrashed. So ähnlich. Wehe. Wehe. Was ist da? Was ist da was jetzt? Leggies. Ich kann mir vorstellen, dass Tonausbruch oder so war. Ausbruch. Äh, Abbruch. So, ja. Keine Ahnung. Tonstörung. Ja, Ton ist ja egal. Was? Egal. Ja, okay, gut. Ihr so... Ich guck mir halt auch kein Video an, dass kein Ton hat. Also, das ist komplett... Ja. Scheiße. Ja, okay. Ich bin auch... Okay, die Map mag ich nicht. Die Map mag ich gar nicht. Ich mag die... Leute, ich geh am Anfang right flanken. Versuch den mal auch zurückzuhalten. Ich? Okay. Ja. Ja, mach ich. Kann ich. Oder ich weiß nicht, was für... Was wäre denn denn besser? Papa, Papa, Poker Face. Papa, Poker Face. Ja, ne, ne. Bolla, Bolla, Bolla. Bolla ist schon geil wegen der Droppen. Versucht mal, ähm, die ein bisschen weiter hinter zu der, ähm, von der Bridge zu halten. Dann kann ich versuchen, die von hinten alle zu holen. Mhm. Und ihr pusht dann vor, weil dann... sich auf mich konzentrieren, dann könnt ihr weiter nach vorne pushen. Warte mal, wo... Ich bin eigentlich nur eine Ablenkung dann. Okay, das muss jetzt gut koordiniert werden. Warte mal, wo... Äh, Dings, wohin gehst du nochmal? Er geht right flank. Ich flank right. Ich flank right. Ich flank right. Wir beide pushen straight mit Bomben und Kepo. Okay. Der Tent... Der Tent... Ja, der Tent... Der Tent... Der Tent wird mir Probleme machen. Ihr müsst auch posten auf die... Ja, äh, wir müssen auf alle. Einer ist Bridge. Ich versuch den zu pushen. Die pushen uns zu dritt. Ich hab einen. Up Tent. Einer noch auf... Ball up pushed right. Ball up pushed right. Von... Ausred. Ausred. Ich muss auch aktivieren. Ich muss auch aktivieren. Aufird. pfenn die wieder weg. Aufird. 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 Ah, Strush ist links. Uuhh, der ist... Oh, der ist bei mir. Der ist da. Die push über Bridge. Kepro. Kepro und Tent haben Bridge. Aufird, aufird. 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 Naiss. Kepro ist unten. Eh, Kepro hat mich. Wo ist der? Kepro ist oben aufird. Hap in. Hap Kepro, Hap Kepro. den hat mich scheißen kennt ist right right free hat stamp ready passt auf der pusht mit dem verpasst auf ja gott mich gott mich bei meinem out ist der stamp passt auf abc pro abhin scheiße aber die bracht hat mich gemacht brach ist gemacht will wahrscheinlich flanken der schlosser der schlosser der schlosser des losher des losher abtent hinterher bei der schlosser 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 hat mich war knapp ja die sind alle in drop right kommt zwei hoch der kpro der wird mich wahrscheinlich bekommen die schlosser 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 ich habe ich habe es denn passt auf wie gesagt wir müssen jetzt endlich mal anfangen zu watchen was auf kpro ja ja das war es wie hat sich das überlebt ja die ist versuchte ich habe den capro da ist noch einer bei super versuchte spanner ja dann kommt er auf den tent oh ja gott mich gott mich die brach ist da still die geht jetzt runter in unsere zone und cappt die jetzt hat den äh aufschlosser äh aufschlosser äh zwei pushen mich breit ab ab die sind schon wieder und die sind schon wieder und bütsch äh äh ja 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 bis weg breit vor dem schott habe ich wohnert äh breit breit ja 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 wow ich weiß nicht wie der das überlebt hat ja wir brauchen Koordination wir sind jetzt alle ziemlich weit auseinander Bush is on me alright da sind mehrere in euers oh ja es fliegt es fliegt ok ok maus einer ist down ich hab zwei hier sind stand got me oh a street oh a street äh äh hinter euch hinter euch hinter euch er ist nicht alt er hat die er kommt er kommt durch diesen baller ich auch ab 1 ja 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 was ja ok gut ich bin drauf also ähm ich bin trotzdem der brush die geht mit tierisch auf die nerven mir auch weil die rennt halt weg charge baller dann geht sie yolo rein holt entweder picks oder rennt mit baller wieder weg ja ja ok das kann ja im baller ok 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 ja das hat mich ja wollt ihr bubbles haben obwohl der ähm ich weiß nicht ich find das ist interessant wir brauchen deine ähm bock ok ja ok ja 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 es wird jetzt interessant ob ich ähm hab ich eh immer so das problem war zur zeit dass halt die gegner eh immer wieder da waren dann hat mir die mine nichts gebracht und ich konnte halt nicht vorgehen in die zone weil ich ja ja ich weiß nicht oder die ballpoint das ding ist hier bieten sich so viele sachen an ballpoint height mhm charger weil ich die zone hier so leicht cappen kann mit dem bomb rush der muss halt noch aus mit der brush der backliner ist halt hier so gefährlich mhm der hat halt ja deswegen deswegen spiel halt kann man echt hochgehen ich wäre für ballpoint äh ja kann man oder so charger ist da so ein block wo ich erstmal da rauf springen muss oder ist da so eine ist die wand dort ich glaube da musst du doch weit gehen oder mhm na es wäre halt richtig falsch wenn ich strampen muss äh left ist da so ne keine ahnung was das da ist so ein block left kommst du hoch du musst left über so ein block springen dann ja das war ja meine frage ok das ist bisschen doof ja dann nämlich nur die wand hätte ich hoch gehen können und den breller direkt du kannst aber über right fans du kannst auch right fans du kannst auch right fans gehen zentlos schicken gehen und da kann äh kann äh ich kann nicht sein über left die flanken da wärst du kurz damit hin ja ja ok kalt so ja oh zieh dir was an und bisschen stress auch aber alles traurig ist was ist denn Rhypefam ist einer bin ich reinsprungen ah Baller Tent kommt mit ja einer push mich diese scheiß Baller gehen mir so auf den Sack zurzeit ich hab einen ja bei mir sind drei Leute oder zwei L3 und Quasto Quasto geht in Zone oh mein ich hab einen die Bust ist schwarz ja äh äh blushing me right guys nice das ist denn verpiss dich ist denn right ich hab den Tent wir dürfen jetzt nicht mehr reinkommen lassen wir müssen jetzt right watch ja ja tschüss nein da bei dir rush rush äh da kennt eine red okay kriegt ihr denn die pushen gerade aufs oh ja ja komm next try hab Tent hab einen ich muss rausjumpen ich muss rausjumpen ich muss rausjumpen weil ich hab mein Dings ready ich hab auch Stimed ready ja ich geh jetzt auch mit meinem Wuppel Elfie hat hinter mir gecampt bei meinem Out bei meinem Out nice push mit Tent ich mach Counter ich weiß auch die gehen jetzt wieder mit Wuppels dann ich hab einen wir müssen jetzt nicht mehr unter Kontrollen wir müssen jetzt nicht mehr unter Kontrollen ершurs wir müssen die Ränder wir müssen jetzt。 Wir müssen die Expo unter Kontroll bekommen wie ist das? Der Tent push mit Fv left got me down ok die sind zu zweit auf deren Plate Tent ist down versuch den zu poppen hab ihn. Was? Nice. Er ist weak. Exposed to the top, passt auf. Was ist? Ich press die mit Bomben rein, äh, schon auf 5-5. 2! 2! Ja, schnell, schnell, schnell. Komm schon. Hab ihn. Hab 10. Hab 2. Hab 3. Hab 3. Nice. Endlich sind wir diese Scheisse. Oh, freck'n Baller noch, Alter, oder Blitz? Diese Baller sind so ekelhaft einfach. Gewonnen? Ja. Ja. Im Hintergrund so richtig schön. Ach so, gut. Erleichtert. Warte mal, ist das so was? Oder die eine Crush hat in einer... ...Bell-Baller. ...Baller. Alter. Wie viel Baller mal hatte die? Ja, in einer Runde hatte die massiven Baller. What the fuck? Ja, die ist grad eben, aber... Ach, Mensch. Schon wieder gewesen. Hehehehe. Jetzt war ich. Ich fand das geil. Das war super. Aber Cartman hat schon ne schöne Stimme, oder? Ja. Wer? Ach so. Hm. Das. Äh, haben wir jetzt wieder länger Zeit, oder? Komm nicht direkt. Gute Frage. Warte. 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 Wir ziehen jetzt den Baun. Warte. Und so ein Diagramm. Ja. Kannst du das mal schicken? Ja, es gibt... froh... Äh... Schwierig. Sagst du gleich, dass du nicht in den Ding ins iTunes' gehst? Johann B mee. Umbrella Gang, Sniper Gang, G-Tech Gang, K-Pro Gang, Ich warte noch auf die L3 Gang. Ich warte auf die Stingray Gang mit PokéFame User, diese Mädchen da aus Australien, wie heißt die? Latias oder so. Latias, ja. Wir spielen gegen Polaris. Let's go. Polaris? Ja, geht's. Okay, gut, auf Chris kann man dann leider nicht vertrauen, weil, ähm, Zitat Chris, okay, äh, K-P, scheiße. Ja, gut. GG Boys, auch scheiße. Ja, die klappt ja alleine. Ja, natürlich. Was auch sonst. Einhändig, einbeinig. Nee, nee, nee. Einbeinig, ja moin. Motion Control infiltriert, wenn's, warte, jetzt geht das. Äh, dann, oh, dann die Switch noch auf Dringes stellen, auf LSD. Genau. Ja, genau. Switch, wobei, ich fand, ja, wobei Switch auf LSD, dann auch im Handheld-Modus spielen. Hey, was hast du gegen Handheld? Handheld ist geil. Du kannst dran, mit den Joy-Cons. Wer spielt Handheld-Modus? Dann infiltrierte Steuerung, plus 5, plus 5, oder minus 5, minus 5, dann auch auf dem Kopf. So machen wir das alle. Schwer, ja. Hey, jetzt ohne Scheiße. Was ist denn an Handheld so schlimm? Komm mit. Handheld ist doch easy. Ähm. Was verstehst du unter Handheld? Hast du deine beiden Joy-Cons an der Switch dran und hältst die vor deinem Gesicht? Ähm. Schau. Machst du das so? Wirklich? Ja. Dann hast du Respekt von mir, weil... Ähm. Am Anfang konnte ich das noch und dann hab ich so spielen wie normal. Wie normal. Ja, weil dann war ich besser. Ähm. Ich kenn Polaris gar nicht. Ich kenn nur Polarized. Ja, das war so ein Geschick. Ja, das war so ein Geschick. Ich wollte grad sagen, bei der Switch gab's nämlich die Funktion sonst nicht. Äh, bei der Wii U. Was ist Scheiße von? Weil manchmal hab ich meine Elf in den Fernseher dann besetzt. Ja. Ähm. Ja, das... Ja, meine Studio war für ein Wohnzimmer. Äh, Pestos und Pfaff. Okay. Mein Arsch, Juck. Meine auch, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Nein. Nein. Doch. Nein. Justin. Ja, Mann. Okay. Ich will mit Clown, Pannen, Cock. Oh, nein. Sweetly und Alice. Ah, ja. Was? All Pannen, Cock. Kann man. Ey, seit wann hast du eingestellt? Ähm. Wo viel wird geändert, Chris? Oh, nein. Oh, nein. Was? Na, was denn. Der hat nicht mehr dieses... Dieses, ähm, Windel-Ding von... von Kirby, sondern jetzt hat er, ähm, Oksu-Ding. Wann hat er denn bitte zum letzten... Wann hat er denn bitte zum letzten... Wann hat er denn bitte zum letzten... Hm... Ist das einfach Numeria? Nein. Jetzt hab ich. Äh, verarschen wir mal mit anderen. Wie wär das? Das ist Wiggy, Clown, noch einer von den kleinen Sport-Mädigern. Ah, hier. Moment. Hund, komm her. Nee, 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 nee. Keiner von denen. Weil jemals ein Hund. Wegen dem P. Sit. Sit. Bein. Hört ihr mich? Ja. Ja, ne, 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 ne. Nee. Hört ihr mich? Ja, da geht's so ein bisschen. Nee. Hört ihr Bubble? Nee. Aber warte mal, wenn ich jetzt kurz, äh, ähm, also Home-Button drücke, äh, die ziehe ich dann? Ähm, nein. Ja. Okay. Ich will kurz meine Connection testen. Chris? Ich will kurz meine, ich, ich will kurz meine Dinge testen. Nee, Alter. Chris, nein, du die siehst. Okay. Na, hallo? Connection, Connection testen darfst du nicht. So wie hieß, weiß. Ja. Okay, fuck it's. Du darfst die Friendless nicht refreshen, deine Connection nicht testen. So. Ich weiß halt nicht, ob ich es lecke. Oh nein, die Map mag ich gar nicht. Auch nicht bei Charger. Der lag ist ill, Mann. Äh, okay, warte mal, äh, die haben Gel, die haben, äh, Hydra. Die haben Cap'n. Okay, 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 hat's erledigt. Äh, Sevens. Nee, also Punk, Kork spielt halt. Ich brauche Range. Ich brauche sehr viel Range. Ich würde ja auch Elita spielen, aber ich glaube, dass... Ich wirklich keine Ahnung, was sie spielt wahrscheinlich, äh, äh, Spiel oder so. Oder Roller. Ich glaube, ihr wollt... Ich glaube, ihr wollt nicht, dass ich Elita spielt, aber... Ich glaube, dass ihr Roller ist. Ich glaube, dass ihr Roller ist. Elita spielt Blast oder sowas, ja. Ich glaube, sie wird, äh, Deppl spüren. Aber weißt du, was ich halt witzig finde? Also nicht diese Alice mit A, sondern Elita. Ach so, ja, lol. Nein, ich weiß schon. Ja, ich hab mich grad gewundert. Nicht, nicht, äh, nicht. Ich dachte mir schon. S-Deutsche. Weil ich weiß nicht, ob es ein D oder eine R ist. Ähm, ne, ja vor allen Dingen. S-Alice von Deutsch, also ne. Oh, interessant. Komm. Ich hätte sogar Stampy. Na, ich weiß nicht. Aber jetzt mach ich auf. Ich versuch, mich nach vorne zu pushen. Hab einen. Okay, Trades, Trades. Trades. Trades mit Capro. Samus. Weak. Wir müssen das bei mir. Ja. Hydra jumped back. Up, zone. Mach ein paar Jumps. Mach ein paar Jumps. Left is the Snipe. Ja. That one. Hydra is not back. Ja, alter Gott, me, alter Gott, me, alter Gott, me, alter Gott, me, alter Gott, me. Bei der Pest. It's weak. Ah. Pass auf, wie geht das Gott? Wir haben Amos. Wir haben Amos. Ich mach Bubbles. Ja. Oh mein Gott. Ich hab die Schmerzen. Okay, scheiße. Das war zu viel. Ich hab die Heidenarm. Es sind so und diese gerade alle in so. Amau. Ja, passt auf. Wo was hat das schon? Mach mal einen Bomber. Ja. Habt ihr? Nein, zwei sind down. Letztes Capro. Was? Ja, bei uns war. Ich hab die Schmerzen. Bei uns war es so, dass die Heidenarm. Die Heidenarm. Die Heidenarm. Die Heidenarm. Die Heidenarm. Also, fag auf, und da kommt auch jemand. Ja, da ist äh. Ding ist es, der tut die zu pushen. Kepler, und mehr, äh, die aus der Sprache mit ohne Bomber. Das ist der Kepler. Ich hab's verschenkt. Left, left street. Ja, left ist noch einer. Fert an. Wir brauchen die Mad Control. wir brauchen immer kontrol ich habe jetzt versucht ihr zu helfen hier ist auch die hydra es ist ja bei uns im ausschuss ist es ist es ich habe ihn habe ihn habe ich habe ihn habe Oh Gott, die Hydra, Alter, eh, Armour, right, left is bam on me, ah, die Armour, die Hydra, oh Gott, hop in, eh, things got me, eh, Kepo and all, yeah, Sashin come on to right, ja, die Bombe got me, so ein Kepo, der ist in Sonne, hat ein Bomben, pass auf, Yoshi, ah, die Hydra, ich hab echt Probleme mit der Hydra, Kepo ist bei Super, ja, ich weiß, ja, gut, ja, was hat, Hammer, so, ich hab mein Broker ready, ok, Koko, Kepo ist hier, bei mir, hab ihn, so, 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 er muss left, ne, ich push den nicht, denk nicht, ne, ich watch what, auch auf deren Plätze, damit die Hydra Probleme bekommt, warte, warte, ich, 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 ich verstehe, voll right, voll right, äh, left is kept, left is kept, problem, äh, top left, kommt, 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 ich, Entschuldigung, die Hydra hat mich, die Hydra klick zu, ja, ist in Zone, Hydra in Zone, Hydra geht top right, Hydra ist top right, nicht pushen, Chris, er ist auf, ja, ja, tschuldigung, ja, tschuldigung, irgendwie auch nicht wirklich groß was machen, lol, die Bombe war, scheitbar, Kepo ist right, Mikro, ist er auf, ja, oder, warte, ich push den, ja, Hydra got me, Hydra got me, die ist bei den left, left, long, äh, slushing jetzt left, oder, nee, ja, das war's, scheiße, du musst jetzt ran, ich komm, ich komm damit nicht klar, ich bin momentan, du hättest, du hättest Elite erspielen, komm, ah, ja, ich muss, oder selber Hydra spielen, ich weiß nicht, ich, ich, für mich bin der Charger, ich kann sich, ja, ich spiel aber, ich spiel was anders, ich spiel aber eigentlich nicht korrekt, bitte, schupp, schupp, ich glaub sogar, es geht ja, hier ist einfach mein Mikrofonständer zersprungen, zersprungen, was ist jetzt gerade wieder, äh, was zum Fix, will ich, ich versuch das kurz zu fixen, na man, mach das, ich spiel's, kölscher, beide damit haben, ich komm mal, ok, und, wie lief das erste Match? ähm, nicht so gut, gegen Boklos, 2,5, 3,5, oder willst du hier was bringen? oder willst du hier was bringen? ja, ist doch ah, der Hurensohn, jetzt kann ich ja, dann ist das noch aufschöbern ja nice so ok, let's go, 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 go b b gesundheit manche manche schreiben genau das war right ist hat die hydra das land verbreit dann weg bett das war immer ich mache ein paar die kind also auf wieder die schuldig hat auch die die ab das war ein was geht es zu der hydra er hat mich auf einer ab ab zu na nach 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 zu ab profit sind nur ab ja auch das ein bisschen zu ziehen ja ich habe doch geträgt im zweiten halbieren ab 1 kräftige hydra ist weg beim wenn du es hier einfach so dann muss ja ich muss schwarz haben Ah, bin down, voila, 4 line zone Hydra ist auf dir und snapped Dings kann, ja, kann er spiel Ja, Bamboo got me, Bamboo got me is in zone It's weak Hydra right far right got me Up in, up in, up in, up in, up in Far right, far right, far right still Nice, nice, nice Nice, nice, nice Now they lose off their own flat Oh god Oh, chop her, äh, crushing their problem Pushed me Ich glaube, wieder ein paar Beacons Oh, was der Baller? Ah, shit, okay, der Baller hat mich gekillt, aber Up in, up in, up in Pass auf, einer, push the zone Nice 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 Da unten rechts beim Fernen ist eigentlich voll die gute Position für K-Pro Da unten rechts beim Fernen ist eigentlich voll die gute Position für K-Pro Ich hätte einfach nicht left gehen sollen, weil da bin ich erstens exposed und kann kaum backupen Ich, ich fühl mich auch, muss ich echt sagen, right am wohlsten Ja, ich find's sehr gut, dass wir, äh, äh, das, äh, Yashi, äh, das, dass wir hinter dem Team, ich, ich left gehe, äh, den auch Ähm Ja, da kannst du, wenn du über left so bomben wirfst und ich über right dann pushe Auf der Map fühl ich mich, ähm, an den ganz, also auf den, an den Far-Punkten, also zum Beispiel far left oder far right, da fühl ich mich am unwohlsten Ähm Geht mir tatsächlich genauso Weil ich, weil meine Angriffsfläche viel zu breit ist Die Map ist für mich ekelhaft, ich, es gibt nur, ich bin hier nur bei, äh, diesen, der right ramp fühl ich mich eigentlich noch am wohlsten, aber eigentlich auch nicht so sehr Ja, das liegt daran, dass du, weil du überall, wo du bist, eben durch den High-Clone von den Rams einfach exposed wirst, dann, durch Bomben easy getötet werden kannst Was, eine? Ja, es wird es Äh, Hydra ist, äh, Hydra ist, äh, Hydra ist, äh, left, left ramp Kepler ist schwarz Was auch wo steht Wie? Hydra ist, äh, in deren Zone Left Ja, äh, 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 left ramp Ist die Hydra, passt auf Ja Geh raus Schwarzien ist bei mir Oder ich, äh, ich muss nicht bei dir, ahne Kepro, push mich Bambu, left Kepro, right Ist auf ramp, ist gebrobt Bambu ist, äh, Hydra got me Is left, left ramp Ja, äh, er ist, äh, special vegan erstmal Du, weil, es spielt einfach Äh, Kepro, push mich Was halt, kill Okay Bei mir ist Bambu, kann jemand den kill? Hab ihn Nice Ah, Kepro got me, der ist da still ich hab die hydra ich hab die hydra ich versuche die slushing zu holen ich kann die hydra flank gehen weil das ding ist die wahrscheinlich auch flank die Musil die hydra ist ich hab die bei meinem wer hat mich irgendwie die hydra aus was das letzten kippo der peter pfp hallo können wir die sonne bekommen danke ich habe ich hatte versucht die heidre Ehhh... Reden, where is you guys? Guys, right Bambu is left friend Hab die Hydra Was? Strashing down Capro is last right Ja... This one shot Left sind zwei, drei Hiesel Okay, I have traded with Hydra Good night I count to you, Chris We have to get the zone Armor Reden, Capro What's up? Bambu is one shot Bambu right, 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 right Hab doch die Strashing mitnehmen können Bei uns in Zone Die Hydra can't wieder beim blocken Und ist versorgen Ich werd grad von links gepusht Von Capro Regi, pass auf, ich versuch dir zu helfen Ich wollte nicht stoppen Ammer Booyah Gott, ich versuch mal an deren left ramp zu pushen Hab Hydra Zwei sind Farid Zwei sind Farid Das sind zwei Boah, die sind alle dort Hab ein Nice Capro hat mich durch die Wand Capro ist noch dort Chris, du bist dort alleine, du bist auf, du bist zwei Ich versuch mal so Dings zu schlumpen Nein, ah fuck Ich hab mir äh Äh, die, er ist aus, er ist aus Er ist deutsch It's all right, oder? Okay Was? Ich hab's Hydra, ich vergebete mir auch gesagt Hydra ist noch hier Hab den? Ne, nicht, okay Das ist okay, pro Ammer Und zu wenig mehr Control Hab ein Hab ein Das ist okay, pro Zwei Hydra ist ausgejumped Wir gucken Okay, hub stamp ready Wir müssen die Hydra als picken, wir müssen jetzt immer die Hydra picken Und wir dürfen gucken Äh, äh, Anna geht left, glaub ich Aufkasten, Mithalt B-Bomb Wir müssen jetzt haben mich komplett gefickt Und der B-Bomb raus Hab, hub Capro Fickt ihr die Sau? Wir sind zwei rein Ne, 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 ne Ach so, Klaus Ach, jade, jade Ich darf Ich hätte dann nicht sterben dürfen Ich darf keine B-Bomb füsen, wenn die Miss-Hits füsen Nee, glaubst du nicht Die Hydra Ist von denen einfach echt das größte Problem Die anderen beiden sind gar nicht mehr wirklich ein großes Problem Also die kann man wirklich relativ leicht ausschalten Ja Der Capro nervt noch ein bisschen, aber sonst Wie viel, wie viel das sind wir? Für sie Da war's grad tief Nicht wirklich weit, ist mir aber egal Ja Ja, ist scheiße gelaufen für mich Egal, einen anderen Tag hätte ich ihn nehmen Für was Besseres Da ist noch ein gutes Problem, ne? Tschüss Und Kina, wie gefällt dir Junior? Ich hab die jetzt nur gespielt, weil wir... Das ist alles Ja, das ist...